Die zweite Bundesliga, unsere Lieblingsliga, wenn es um Spannung geht, denn da tummeln sich ja noch x Mannschaften, die aufsteigen wollen und aufsteigen können. Und an diesem Wochenende gibt es extrem brisante Paarungen. Speziell hoch oben im Norden einige Derbys und dazu brauchen wir logischerweise Marcel. Hallo Marcel. Carsten, ich grüße dich. Am Sonntag Holstein Kiel gegen den HSV. Der HSV durch das 4 zu 0 gegen Aue. Ja, Lebenszeichen gegeben, aber schaffen die auch einen Erfolg in Kiel? Das ist historisch ein schwieriges Pflaster für den HSV. Definitiv, Carsten. Also erstmal musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich heute ein bisschen die Medien durchforstet habe. Am Wochenende hieß es noch, dass der HSV keine Chance haben wird, aufzusteigen. Niederlagen in Folge, die Mannschaft ist nicht gut in Form. Jetzt gewinnen sie zu Hause 4 zu 0 gegen den Tabellenvorletzten und auf einmal steht in den Medien, der HSV hat sich im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. So weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass der HSV von den Mannschaften, die oben noch mit dabei sind, ja, die geringste Konstanz an den Tag legt momentan in der zweiten Liga. Deswegen bin ich da auch ein bisschen skeptisch, ob sie nochmal wirklich ganz oben angreifen können. Wie du gesagt hast, historisch in Kiel nicht sonderlich gut. Ja, sie haben keines der sieben Zweitligaspiele seit 2018 gegen Kiel gewonnen. Das heißt, überhaupt noch nie in der zweiten Liga gegen Holstein gewonnen. Und die letzten fünf Spiele endeten alle unentschieden. Auch das ist sicherlich eine interessante Tendenz, die man wissen sollte, um den geeigneten Tipp zu finden. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, Marcel, aber es gibt ja auch eine spannende Tendenz bei Holstein-Kiel. Nur ein Sieg in den letzten sechs Partien. Okay, entgegne ich wieder mit einem anderen Argument, denn Kiel hat nur zwei der letzten neun Heimspiele verloren. Ja, auch das muss man wissen. Und sie haben gegen Bremen gewonnen, sie haben gegen St. Pauli gewonnen und sie gegen Darmstadt einen Punkt geholt. Das heißt, gerade zu Hause gegen die Spitzenmannschaften haben sie schon gute Leistung gebracht. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass sie gegen den HSV mindestens einen Punkt holen werden. Der HSV, wir wissen, ja, ich habe es eben schon kurz angedeutet, die Konstanz fehlt einfach. Und vor allen Dingen haben sie auch nur eins der letzten sieben Auswärtsspiele gewonnen. Das heißt, gerade in der Fremde haben sie auf jeden Fall ihre Schwierigkeiten, die vollen PS auf die Straße zu bringen. Und deswegen sage ich, doppelte Chance 1x. Kiel holt mindestens einen Punkt zu einer Quote von 1,85. Und dieses Thema vertiefen wir jetzt mit einem, der 20 Jahre beim HSV unterwegs war, in verschiedenen Funktionen als Spieler und so weiter. Marinus Besta. Herzlich willkommen, Marinus. Marinus, warum schafft der HSV in dieser Saison, was er die letzten Jahre nicht geschafft hat? Gute Frage. Ich denke, sie haben jetzt ihre Pflichtaufgabe gelöst mit dem Sieg gegen Aue. Dazu muss man dann, und das ist in, da will ich Aue nicht schlechter machen, als sie letztlich dann sind. Aber es war auch nur Erzgebirge Aue. Es ist eine Mannschaft, die aller Voraussicht nach die zweite Liga verlassen wird, in Richtung dritte Liga. Und das war einfach ein Pflichtsieg für den HSV. Und das, aus meiner Sicht, alles entscheidende Spiel wird jetzt der Auftritt dann am Sonntag in Kiel sein. Gegen Kiel, traditionell ganz schwerer Gegner für den HSV. Schaffen die es diesmal, dort zu gewinnen? Welche Argumente sprechen dafür? Also wenn man natürlich zurückblickt, dann spricht nicht sehr viel dafür. Ich glaube, das war immer eher suboptimal, wie der HSV in Kiel abgeschnitten hat in den letzten drei Jahren, der Zweitliga-Zugehörigkeit. Ganz klar ist, Kiel wird super motiviert sein. Die werden alles in die Waagschale werfen, weil sie ja auch selber immer noch so mit einem halben Auge nach unten schielen müssen, dass sie nicht in diesen Schrudel dann eventuell reinkommen. Und insofern werden die alles reinhauen, was sie haben. Und beim HSV wird es so sein, dass sie natürlich ihre Qualitäten haben. Sie haben das Spielsystem von Tim Walter verordnet bekommen, was sehr laufintensiv ist. Was sie aber auch gut beherrschen. Aber das Interessante wird sein, wer will den Sieg mehr? Und da habe ich jetzt gerade in den letzten fünf Spielen vor Aue, hat man viele Situationen irgendwie gesehen, wo man dann daran zweifeln musste. Ich habe es früher immer, Wettkampfmentalität ist alles im Training, ist immer alles schön und gut. Da kann immer alles gelingen. Aber wichtig ist halt dann ein Spiel, 90 Minuten. Und da muss ich eine entsprechende Wettkampfmentalität an den Tag legen. Und da muss ich auch mal schmutzig spielen. Und dann muss ich den Gegner halt vielleicht auch über die Körpersprache und über andere Dinge, die zum Fußballsport dazugehören, einfach zeigen, ihr habt heute keine Chance gegen uns. Und das habe ich in den Spielen vor Aue beim HSV vermisst. Und ich hoffe, dass sie das am Sonntag dann in Kiel an den Tag legen. Weil dann haben sie, wenn sie das Spiel gewinnen, dann sind sie, würde ich jetzt mal so sagen, am Redegationsplatz mit drei Punkten dran und dann ist alles drin. Marcel, machen wir weiter mit einem weiteren Nordderby, nämlich St. Pauli gegen den SV Werder. Also mehr kannst du eigentlich nicht verlangen von einem Zweitligaspiel an diesem Wochenende. Super, super Spiel. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass das Spiel schon mittags stattfindet. Samstagmittag, 13.30 Uhr. Für mich ein eigentlich prädestiniertes Abendspiel. Aber auch da haben wir ja einen Krach, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja, Werder hat neun der letzten elf Pflichtspiele gegen St. Pauli gewonnen. Ja, klar, das ist jetzt ein Blick in die tiefe Historie, weil sie eben noch nicht so oft in den letzten Jahren gegeneinander gespielt haben. Aber hat man auf jeden Fall im Hinterkopf. Das ist auf jeden Fall die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass die beste Heimmannschaft mit St. Pauli auf die zweitbeste Auswärtsmannschaft trifft. Ja, das heißt auch da, das Selbstvertrauen ist auf beiden Seiten auf jeden Fall da. Das kann man, denke ich, ganz klar so sagen. Und auch Spektakel könnte garantiert sein. Denn in den Bremer Auswärtsspielen fielen im Schnitt 3,7 Tore. In den St. Pauli Heimspielen fielen im Schnitt 3,5 Tore. Das heißt, ich gehe davon aus, dass auch diesmal Tore fallen werden. Beide Mannschaften haben einfach einen offensiven Ansatz, eine offensiv ausgeprägte DNA. Dementsprechend glaube ich schon, dass mindestens drei Tore fallen. Das ist mein erster Teil des Tipps. Über 2,5 Tore. Und der zweite Teil ist, dass Bremen mindestens einen Punkt holt. Ich schätze Bremen etwas stärker ein als St. Pauli. Ja, St. Pauli zuletzt gegen Rostock verloren. Bremen jetzt auch nicht überzeugt gegen St. Pauli. Ja, ob das natürlich einen Unterschied machen wird, weiß ich nicht. Ich sage, Bremen ist für mich die etwas reifere, bessere, qualitativ hochwertigere Mannschaft. Zumal St. Pauli eben auch defensiv Probleme hat. Ja, neun von zehn Rückrundenspielen mindestens einen Gegentreffer kassiert. Oftmals sogar zwei oder drei Gegentreffer kassiert. Und deswegen sage ich, zu einer Quote von 2,37. Bremen holt mindestens einen Punkt, x2 und über 2,5 Tore. Und zum Spitzenspiel des Wochenendes, St. Pauli gegen Bremen, holen wir auch nochmal Marinos Bester in die Show. Marinos, zurück zu dir. Der andere Hamburger Verein, der FC St. Pauli, steht aktuell besser da als der HSV. Sind die spielerisch so gut, dass die auch gegen Bremen gewinnen? Ich glaube, ein bisschen in der Form der Hinrunde würde ich jetzt ein klares Ja sagen. In der Form, jetzt in der Rückrunde, da haben sie dann doch ab und zu mal einen auf die Mütze bekommen. So, dass man, das war ja eine Wellen, Berg- und Talfahrt, mehr oder weniger. Mal richtig gut gespielt, wichtige Spiele gewonnen, dann aber auch wieder eine richtige Klatsche mal bekommen. Also, ich glaube, dass das ein ganz, ganz hochinteressantes Spiel wird. Und natürlich traut man dem FC St. Pauli auch einen Sieg in Bremen zu. Gleichwohl steht da auch Werder Bremen auf der anderen Seite. Und da bin ich der Meinung, dass Werder dann doch insgesamt ein bisschen mehr zu bieten hat, als es dann der FC St. Pauli auf seiner Seite zu bieten hat. Gerade mit der Offensive, mit den beiden Stürmern vorne und dahinter dann auch noch Bittencourt, Dutsch und Füllkug vorne. Das ist schon eine richtige Waffe. Also, das hebt Werder Bremen im Prinzip vom Rest der zweiten Bundesliga ab. Dann die ultimative Frage. Wer steigt mehr auf oder wer steigt eher auf in die Bundesliga? St. Pauli oder der HSV? Ja, komm, hopp oder topp. Jetzt habe ich dich gekitzelt. Ich glaube, dass sich letztlich beide Hamburger Vereine um den dritten Platz streiten werden. Ich glaube nicht, dass einer direkt hochgeht. Dafür hat man einfach zu viele unnötige Punkte liegen lassen. Gerade der HSV in den letzten oder in den vergangenen fünf Spielen vor dem Ausspiel. Ich glaube aber auch, dass sich Werder Bremen durchsetzen wird und auch der FC Schalke, dass die die ersten beiden Plätze belegen wird. Und dann gibt es einen Zweikampf oder einen Dreikampf zwischen Darmstadt, dem HSV und dem FC St. Pauli bis zum letzten Spieltag um Platz drei. Und da ich nun HSVer bin, das weiß man ja auch, drücke ich natürlich dem HSV die Daumen und gehe auch davon aus, dass der HSV dann mindestens Dritter wird und dann den Aufstieg über die Relegation schafft. Für mich ein wirklich überzeugender Trainer in der zweiten Liga ist Thorsten Lieberknecht. Was der mit Darmstadt 98 wirklich bewirkt und geschafft hat bis hierhin, finde ich aller Ehren wert. Und ja, die spielen dann am Samstagabend gegen Nürnberg. Der Klub, eine Klatsche bekommen, aber weg vom Fenster sind die ja mit Sicherheit nicht. Nein, das noch nicht. Trotzdem hat man jetzt wieder so eine leichte Tendenz bei ihnen, dass es eher in die falsche Richtung geht. Ja, nur einen Punkt aus den letzten zwei Spielen geholt. Wenn sie dann wirklich mal die Chance hatten, ganz, ganz oben anzugreifen, dann haben sie diese Chance leider verpasst. Darmstadt hingegen ist für mich eine Mannschaft, die muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben bis zum Schluss. Ja, Darmstadt hat sechs der letzten acht Auswärtsspiele gewonnen. Ja, und die einzige Niederlage, die sie in diesen acht Auswärtsspielen kassiert haben, war das 0-1 in Bremen. Und da haben sie wirklich eine sehr, sehr lange Zeit in Unterzahl gespielt und waren trotzdem eigentlich nicht unbedingt die viel schlechtere Mannschaft. Das heißt, Darmstadt für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr heißer Tipp, wenn es um den Aufstieg geht. Und auch ein heißer Tipp, wenn es darum geht, am Samstag auf einen Auswärtssieg zu wetten. Denn Darmstadt hat drei der letzten vier direkten Duelle gewonnen. Darmstadt ist seit acht Spielen in Nürnberg ungeschlagen. Und dementsprechend gehe ich auf das Chorno-Bett-Auswärtssieg. Ja, das heißt im Falle eines Unentschiedens ein Satz zurück. Aber siegt Darmstadt zu einer Quote von 1,80. Heiße Tipps gibt es in unseren Sendungen immer von Marcel. Ich habe auch noch einen Tipp für euch, was ihr auf unserer Seite finden könnt. Nämlich den Predictor. Marcel, machen wir weiter mit Schalke 04. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Schalke als Gastgeber für Heidenheim. Also Heidenheim, speziell durch die Arbeit von Frank Schmidt, ja immer eine Mannschaft, die du nicht unterschätzen darfst. Und schon gar nicht Schalke 04. Richtig, Carsten. Trotzdem muss man natürlich differenzieren, dass Heidenheim vor heimischer Kulisse deutlich stärker ist als eine Fremde. Ja, Heidenheim hat aus den letzten fünf Auswärtsspielen nur zwei Punkte geholt. Trotzdem aber hat Schalke tatsächlich noch nie gegen Heidenheim gewonnen und auch noch nie gegen Heidenheim ein Tor erzielt. Ja, klar. Aber die haben doch Simon Terodde, der wird das schon richten, glaubst du? Ja, da komme ich gleich dazu, Carsten. Aber das Hinspiel war bisher das einzige direkte Duell. Das hat Heidenheim zu Hause 1-0 gewonnen und jetzt zu Simon Terodde. Simon Terodde seit sechs Spielen, in seinen letzten sechs Spielen gegen Heidenheim, ohne Torerfolg geblieben. Das heißt, die Lebensversicherung der Schalker mag Heidenheim nicht so gerne. Und das hat mich auch zu dem Tipp veranlasst, zu sagen, dass wenige Tore fallen werden. Vor allen Dingen auch wenige Tore in der ersten Halbzeit. Ich gehe darauf, dass maximal ein Treffer in den ersten 45 Minuten fällt. Und das Ganze begründe ich einfach noch damit, dass Heidenheim, pass auf, Carsten, in den ersten 45 Minuten der laufenden Saison, in 28 Spielen, erst acht Gegentreffer kassiert hat. Ja, seit 12. Dezember schreibe ich mir jetzt auf. Seit 12. Dezember haben sie auswärts kein Gegentor mehr in der ersten Halbzeit kassiert. Das hat, denke ich, nicht sofort jeder auf dem Schirm. Ist aber für mich auf jeden Fall das gewichtigste Argument, zu sagen, es fallen wenige Tore in der ersten Halbzeit unter 1,5 zu einer Quote von 1,53. Kommen wir zum Freitag. Zum Freitagabend Fortuna Düsseldorf gegen die Mannschaft der Stunde. Das kann man so sagen. Hansa Rostock, vier Siege in Folge. Also das Team von Jens Hertel war spielerisch schon immer gut in der ganzen Saison. So habe ich das verfolgt. Jetzt sind sie auch noch erfolgreich. Absolut. Ich denke, man kann bei beiden Mannschaften sagen, dass sie sich aus der Abstiegszone befreit haben. Auch die Düsseldorfer sind ja mittlerweile seit sieben Spielen ungeschlagen, haben unter Daniel Thijun noch kein Spiel verloren. Aber eben auch nur viele der letzten fünf Spiele unentschieden gespielt. Das heißt, dieser ganz große Befreiungsschlag in Form eines Terriers, der fehlt ein bisschen. Rostock aber in der Fremde 2022 noch ungeschlagen. Das heißt, es treffen auf jeden Fall zwei selbstbewusste Mannschaften aufeinander. Ich sage trotzdem, Düsseldorf wird mindestens einen Punkt holen. Also es gibt keinen Auswärtssieg. Doppelte Chance 1x und unter 3,5 Tore, weil sich die Stärken beider Mannschaften ein Stück weit neutralisieren. Ich glaube an eher weniger Tore und dafür finden wir eine Quote von 1,66. Jan Regensburg, das Team, das nach Führung die meisten Punkte verspielt hat, nämlich 22 gegen Ingolstadt, kurz und schmerzlos. Sieg Regensburg, Quote 1,82, weil Ingolstadt ist einfach zu schwach auswärts. Sie haben zehn der 14 Auswärtsspiele verloren. Regensburg hat eine positive Heimbilanz, haben zuletzt am Wochenende Moral gezeigt beim unentschiedenen Unterzahl in Hannover. Deswegen für mich Quote 1,82, Sieg Regensburg. Aue gegen Hannover am Samstag? Da bin ich bei wenigen Toren, weil einfach zwei verunsicherte Mannschaften aufeinandertreffen. Aue hat sieben der letzten neun Ligaspiele verloren. Erst am Dienstag das 0-4 gegen den HSV. Hannover hat nur in 5 von 28 Spielen mehr als ein Tor erzielt. Sie haben allgemein eine sehr, sehr schwache Offensive. Beide Mannschaften haben erst 26 Tore erzielt. Nur Ingolstadt hat weniger Tore markiert. Und deswegen sage ich unter 2,5 zu einer Quote von 2,05. Kommen wir zum gallischen Dorf in dieser Liga. Sandhausen. Immer wieder bemerkenswert, was die an Kampfgeist entwickeln und was die auch an Punktausbeute dann holen. Die spielen gegen Dresden und Dresden taumelt. Dresden ist die einzige Mannschaft in der 2. Liga, die im Jahr 2022 noch nicht gewonnen hat. Der letzte Sieg datiert vom 12. Dezember. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Sandhausen im Jahr 2022 die wenigsten Gegentreffer kassiert. Erst neunmal musste der Torwart hinter sich greifen und sie sind auf Platz sieben der Rückrundentabelle. Dresden hingegen auf Platz 17. Dementsprechend und aufgrund der Tatsache, dass Dresden überhaupt die wenigsten Tore aller Zweitligisten erzielt hat, glaube ich, dass Sandhausen gute Chancen haben wird, was mitzunehmen. Doppelte Chance 1x und unter 3,5. So ein 1-0, 0-0, 1-1, 2-1 Sieg für Sandhausen in der Spitze. Also maximal kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und dafür gibt es noch eine Quote von 1,72. Und das letzte Spiel. Paderborn gegen KSC. Kurz und schmerzlos. Da gehe ich nochmal ein Stück weit ins Risiko. Zwei Mannschaften, für die es jetzt um nicht mehr viel geht, werden dementsprechend mit offenen Visierspielen. Der Achte trifft auf den Neunten. Ja, zehn der letzten 14 KSC-Spiele endeten mit mindestens drei Toren und auch drei der letzten fünf Paderborner Spiele endeten mit mindestens drei Toren. Deswegen sage ich über 2,5 Tore und Paderborn holt mindestens einen Punkt 1x und dann finden wir doch noch eine relativ hohe Quote zum Abschluss des Zweitliga-Wochenendes von 2,30. Siehst du, da kommt er nochmal mit einem Kracher um die Ecke. Hier alles, was Marcel so vorschlägt für das Zweitliga-Wochenende in der Übersicht. Und ich wünsche euch ein erfolgreiches und spannendes Wochenende. Und ihr wisst, auch für die Champions League nächste Woche gibt es wieder frische Ware von uns.